Willkommen bei Sägebot. Der Einsatz von Druckluft erleichtert die Reinigung einer Kettensäge erheblich. Eine Alternative zum Kompressor kann die Verwendung eines Druckluftsprays sein. Ich möchte euch einmal kurz deren Anwendung zeigen und nutze hierfür ein Druckluftspray von P-Tec. Ein Luftdruck von bis zu 6 bar löst die Anhaftungen problemlos, wie ihr gleich sehen könnt. Solch ein Spray ist sehr praktisch, wenn einmal kein Kompressor in der Nähe ist. Oder wenn man die Kettensäge nur wenige Male im Jahr im Einsatz hat und sich keinen Kompressor kaufen möchte. Praktischerweise kommt man mit dem Röhrchen auch an Stellen, wo man sonst nicht so einfach herankommen würde. Praktischerweise kommt man mit dem Röhrchen auch an Stellen, wo man sonst nicht so einfach herankommen würde. Das Spray kann natürlich auch ohne Röhrchen verwendet werden. Wir sehen uns nicht in Röhrchen. Das Spray auf der Öhrchen lässt. Wir sehen uns nicht in Röhrchen. Wir sehen uns nicht in Röhrchen oder Röhrchen. Und auch mit dem Röhrchen läppern. Abtoo den Röhrchen zu meinen Röhrchen. El config der Öhrchen lässt sich nicht auf die Hälfte und die Öhrchen. Im Richtung L-Röhrchen der Öhrchen in Röhrchen. Beide ich nicht ohne Röhrchen. In Röhrchen lösen können dabei. Solch ein Spray findet natürlich auch noch viele weitere Anwendungsbereiche, so beispielsweise wie hier bei der Arbeitsplatte oder bei der Reinigung der Schutzkleidung im Wald. Solch ein Druckluftspray ist wirklich eine praktische Sache, wenn gerade mal kein Kompressor zur Hand ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal!